Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Nero-Ristorante Epizzeria. Hallo und herzlich willkommen in der Küche vom Nero-Welt. Ich bin der Markus Grillenberger und ich mache heute ein gegrilltes Rinderfilet mit einem Gartensalat, Limettendressing und ein bisschen Grillgemüse dazu. Ich habe da ganz einfach meine Produkte. Ein Premium-Rinderfilet vom Jungstier, Limetten, Babygemüse, Butter, Schalotten, Zucker, Salz, Olivenöl. Ich putze mir das Rinderfilet zu, indem ich da einfach vorsichtig mit dem Messer unten einstiche und die Sehne dann vorsichtig rausschneide. Dann Messer leicht nach oben und die Sehne einfach zack. Messer eher nach oben. Teilweise lasse ich das Fett einfach ein bisschen oben, weil das Fett einfach der Hauptgeschmacksträger ist und das Fleisch dann nicht so trocken wird beim Braten. Wichtig aber, dass die Sehnen hier unten sind, weil die sind nämlich zum Zeebeinbeißen. Ich gebe das jetzt vorsichtig in die Pfanne. Rotte das jetzt circa zwei Minuten links-rechts an und lasse dann bei 140 Grad circa 25 Minuten rosten, wo es dann schön durchzieht, durch und durch rosa ist, einfach perfekt gegart. Zwischenzeitlich fange ich mit meinem Babygemüse an. Ich habe da Zucchini, Babymais, Karotten. Die gebe ich mir gleich dazu in die Pfanne zum Rinderfilet. Die Steak ist jetzt gut anbraten, das nehme ich jetzt aus der Pfanne. Setzen wir das in einen Teller hinein und gebe das jetzt ins Rohr bei circa 140 Grad für circa 20 Minuten. Dann ziehe ich es von oben nach unten wunderbar durch und es ist perfekt rosa gebraten. Ich gebe da ein bisschen Butter dazu, damit die ein bisschen braun wird. Die Butter schmeckt dann intensiv nussig. Ich gebe da frischen Thymian, da gewähren ein paar Kreuzerl dazu. Die Pfanne lasse ich mir gleich, ich lasse das Gemüse da jetzt von Haus aus drinnen ziehen, damit es weich wird. Und dann brate ich in der Butter des Filestek noch mal kurz nach, dass es einen Hitzeschub hat, damit es dann auch heiß ist beim Essen. Ich mache mir jetzt das Limettendressing für unseren Salat. Ich halbiere mir jetzt die Limetten, presse mir die aus. Der Limettensaft spart mir heute den Essig. Ich emulgiere das jetzt, diesen Limettensaft, wo Salz und Zucker drinnen ist, mit Olivenöl. Schau, dass es relativ süß hält, damit die Frucht von den Limetten einfach noch besser rauskommt und das richtig erfrischend in Salat dann macht. Wie gesagt, ich möchte es ein bisschen süßer haben. Ich gebe da jetzt ein bisschen mehr Zucker rein. Das Steak habe ich jetzt circa 20, 25 Minuten bei 140 Grad rosten lassen. Ist jetzt ein Medium Rare. Also es ist nicht ganz Medium. Ich brate das jetzt dann noch mal kurz nach. In der Pfanne habe ich noch ein bisschen Butter drinnen. Ich gebe da noch ein bisschen Butter dazu. Butter, Butter, Butter. Das Wichtigste. Dann füllen wir das dann auch mit dem heißen, schäumenden Fett. Wenn ich das Gemüse schütze, kann ich mir schon mal aufs Teller geben. Ich habe da jetzt mein Dressing. Da gebe ich jetzt den Salat rein, rühre das gut durch, schnipselt mir mit dem Sparschiller noch ein paar Karottenstreifen rein, damit das alles ein bisschen lockerer wirkt. Und dann setzen wir noch aufs Teller. Das ist ein ganz kleiner Mini-Baby-Salat, Baby-Leaf-Salat, Baby-Mangold, ein bisschen Vogelsalat. Und setzen da jetzt noch locker aufs Teller. Das Steak habe ich jetzt fertig gebraten. Ich schneide mir das dann auf drei schöne Stücke. Perfekt. Wunderbar. Machen wir vier. Ich würze es jetzt einfach mit ein bisschen Meersalz. Manche nehmen gerne eine Flörde-Sell. Genau. Ich gebe noch Focaccia von der Bäckerei Wenninger dazu. Ganz ein leckeres Brot. Das war es schon wieder. Das ist ein ideales Sommergericht für die Hitze. Schnelle Küche im Sommer. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus Grillenberger. Ja, wer jetzt Lust auf sommerliches Grillen bekommen hat, der hat jeden Samstag ab 18 Uhr mit Grill & Chill im Nero-Wels die Möglichkeit dazu. Das ist ein ideales Sommergericht. Das ist ein ideales Sommergericht.